So, an der Stelle auf jeden Fall more and myself. Ich hoffe, euch eingezogt gut. Wir haben sieben, kurz vor sieben. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich in der Türkei. Ich hole jetzt Flugzeug und dann pflegen wir. Jünger, ich bin so am Arsch, Alter. Ich fühle mich, als hätte mich hier Auto überfahren. Ist schon nice. Da hinten ist einfach ein Golfplatz. Das Geile ist, man kann hier mit so Golfcars über die Anlage fahren. Ich mache euch später mal eine Roomtour von der Anlage fahren. Wir haben einfach mit Golfcar über die Anlage. Wir sind auch gestern über den Golfplatz gefahren. Oh mein Gott, jeder, der golft, würde uns, glaube ich, den Hals umdrehen. So, das schaut auf jeden Fall draußen aus. Hier ist auf jeden Fall ein Badezimmer. Hier ist Dusche. Hier ist... Moment, ich muss den hier machen. So macht Monte immer. Leute, hier ist auf jeden Fall Dusche. Hier ist auf jeden Fall das Klo. Genau. Also, das ist auf jeden Fall ein Badezimmer. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr stabil. Hier ist Where the Magic Happens. Alles, was das Herz begehrt. So, dann geht's weiter. Hier kommt man ins Schlafzimmer. Hier ist ein Spiegel. Und was war denn das? Wenn man den jetzt hier anmacht, ist einfach ein Fernseher im Spiegel drin. Du kannst ja auch drin dein eigener Saft zusammenstellen lassen. Ich habe euch bei den Eiern, Jungs. Ich nehme alles heute auf. Wie gefällt's dir? Thank you, my friend. Aber man kennt ja was schon. Hm? Aber man kennt ja was schon. Grundschule. Ist ja nicht weit weg dein Frisor, oder? Halbe Stunde. Halbe Stunde? So, Freunde. Das Frische geht's zu Ende. Heide, Cousin! 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 Er, Cousin! Heide, Cousin! Hat das schon mal gemacht, Lilian? No! Das sind doch mal so richtig stehen, oder? Nein! Ach, Bälle! Ach! Achtung! Ey, willst du doch mal kommen, oder was? Ey! Das war laut, Mama, ja! Und das ist jetzt dein privater Stand, oder was? Hast du ihn gekauft? Ja. Spinnen. Spinnen? Ich bin in dieser Toilette ganz viel krank. Nein, voll. Ich meine, der Freund ist voll der toll zerschlotten. Boah, das ist crazy, ne? Wir gehen auf viele Toilette, ne? Einfach... Ja. Wieso? Digga, da waren solche Spinnen, Alter, wo ich da war. Guck mal, Lilian! So! Da drin! Oh, scheiße! Na, Alter! Auf einmal sechst, aber so ist die da, ich bin rausgeraten. Hatte Angst vor Runden? Nein, oder? Das war die Schöne. Boah, die Treppe könnte für Lombi-Problematik... Boah, hier sind überall Fliegen, Digga! Boah! Ekelhaft! Boah, war das eine fette Spinne! Boah, war das eine fette Spinne! Die Flamme kommt da runter? Und... 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 Boah, crazy, Digga! Warum, ne? Ja, aber es ist genau das richtige Wetter für sowas. Hallo! Komm hoch! Lombardi, komm! Das ist crazy, ne? Lack den Star, Junge! Wieder links rum raus! Da muss man spinnen, da muss man spinnen! Da muss man nach rechts raus! Da ist es! Jaaa! Jaaa! Jaaa!